Herr Grano, Herr Ebner, Herr Wittke, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Meine Damen und Herren, wir verfolgen seit geraumer Zeit die Entwicklung der FH in diesem ganz speziellen Feld. Und ich kann Ihnen sagen, das, was hier geleistet wird, ist, und das ist wirklich kein billiges Kompliment zu Beginn eines Grußwortes, ist eine ganz außerordentliche Leistung, die wir registrieren und die uns in Schleswig-Holstein und drüber hinaus, Sie haben es gerade angesprochen, glaube ich, ganz stark macht. Und deswegen bin ich gern gekommen. Die Fachhochschule Lübeck ist der ideale Ort für eine Veranstaltung wie diese, denn sie gehört, das wissen Sie, zu den Pionieren und beschäftigt sich schon seit langer Zeit intensiv mit E-Learning. Sie ist Mitbegründerin des Bund-Länder-übergreifenden virtuellen Hochschulverbandes. Die Fachhochschule Lübeck hat in Kooperation mit anderen Hochschulen zahlreiche Online-Studiengänge mit Bachelor- und Masterabschluss erfolgreich entwickelt und implementiert. Als Landesregierung begrüßen wir dies nicht nur, sondern wir haben auch diese profilbildende Bestrebung in den letzten Jahren ideell und finanziell, finanziell haben Sie immer ein bisschen lieber als ideell, das kann ich auch verstehen, aber auch ideell unterstützt, denn wir registrieren ja auch eine hochschulpolitische Debatte über dieses Feld mit Pro- und Kontra-Argumenten und ich möchte Ihnen gerne sagen, wir sind weiterhin fest entschlossen, diese Entwicklung zu unterstützen. Meine Damen und Herren, online bereitgestellte Lernplattformen, online Studiengänge sowie Weiterbildung in Blended Learning und natürlich den MOOCs sind eine wichtige und ich möchte hier vom Konzept auch ein bisschen abweichen und nicht nur sagen eine wichtige, sondern eine notwendige, notwendige Weiterentwicklung einer klassischen Hochschule. Wie modernisieren wir Forschung und Lehre? Wie erreichen wir es, möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Zugang zu den Hochschulen zu eröffnen? Im Zentrum dieser Fragen stand auch immer die Frage, wie wir engagierten und beruflich qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Bildungs- und Aufstiegschancen durch Angebote der Hochschulen verschaffen können. Auf diese Frage werde ich mich in meinem kurzen Grußwort beschränken. Für die Landesregierung ist es selbstverständlich, dass sie der wissenschaftlichen Weiterbildung und der Durchlässigkeit zwischen beruflichen und akademischen Bildungswegen eine hohe Bedeutung beimisst. Zudem sieht das Hochschulgesetz erleichterte Zugangswege für beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung wie beispielsweise für Meisterinnen und Meister und gleichwertig Vorgebildete vor. Wir reformieren derzeit das Hochschulgesetz und haben einige weitere Möglichkeiten zur Steigerung von Durchlässigkeit vorgesehen. Meine Damen und Herren, wir schärfen die Profile der Hochschulen und öffnen damit die Hochschulen auch für neue Zielgruppen. Der Stellenwert, den das Thema wissenschaftliche Weiterbildung und Durchlässigkeit der Berufsausbildung und der akademischen Ausbildung in Schleswig-Holstein einnimmt, wird auch durch unsere Fachkräfteinitiative deutlich. In einem ersten Schritt entwickelten wir seit Oktober 2013 ministeriumsübergreifend und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ein Strategiepapier zur Fachkräftesicherung. Sie haben das, Herr Grano, in Ihrem Grußwort auch schon angesprochen. Darin skizzierten wir einige Maßnahmen mit der klaren Zielsetzung, Bildungs- und Aufstiegschancen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu eröffnen. In der Schwerpunktarbeitsgruppe Zielorientierte Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft entwickelten wir die Maßnahmen und prüften sie weiterhin auf ihre Umsetzung. Das Verbundprojekt greift bereits einige dieser Maßnahmen auf. So soll zum Beispiel die Expertise der jeweiligen Clusterorganisationen aus der Wirtschaft Eingang in die inhaltliche und didaktische Konzeption von Studiengängen finden. Sie sehen, wir stehen hier offen neuen Lehrformen gegenüber. Und wir hoffen, dass durch die Praxispartnerschaften zwischen Unternehmen und zwischen Wirtschaft quantitativ und qualitativ die ausgebaut werden kann. Die Fachhochschulen des Landes Schleswig-Holstein sind im E-Learning-Bereich schon sehr gut aufgestellt, Lübeck insbesondere. Sie sind ein Markenzeichen für Schleswig-Holstein. Die Landesregierung unterstützt diesen Bereich daher aktiv aus ihrem Struktur- und Exzellenzbudget. So fördern wir ein Projektvorhaben der Fachhochschule Lübeck, das einen Kompetenzaufbau bei der Gestaltung und Durchführung der MOOC-Angebote ermöglicht. Dazu gehört die Entwicklung eines MOOC-Labors, neue experimentelle MOOC-Formate. Es sollen breitenwirksame, allgemeinbildende MOOCs angeboten werden. Wir haben das gesehen, die zur weiteren Profilbildung der Hochschule beitragen werden. Allein für die experimentelle Abprobung von MOOCs stellt die Landesregierung im Zeitraum 2014 bis 2016 Mittel bereit, ebenfalls für die Entwicklung eines Online-Masterstudiengangs Wirtschaftspsychologie in Kooperation mit der FH Westküste. Und wir fördern den Aufbau und die Implementierung der FH Lübeck Professional School. Sie soll die Trägerschaft für kostenpflichtige, berufsbegleitende Online-Weiterbildungsstudiengänge und Angebote übernehmen, neue E-Learning-Konzepte konzipieren, einrichten und betreiben. Etwa 1,2 Millionen stellt das Land da insgesamt zur Verfügung. Das, meine Damen und Herren, war sozusagen der Werbeblock, den ich im Grußwort auch einbaue. Mit dieser Förderpolitik wollen wir zu einer Festigung und Stärkung dieses Schwerpunktes beitragen und die Anwendung auch in anderen Hochschulen ermöglichen. Neben den zahlreichen Online-Studiengängen wollen wir auch die Entwicklung neuer Formate vorantreiben und ausprobieren. Zudem wollen wir wirtschaftsplusterspezifische Angebote entwickeln, um Community-Bildung zu betreiben und die bestehende Vernetzung mit der Wirtschaft zu verstärken. MOOCs sind nach unserer Einschätzung in besonderer Weise geeignet, Berufstätige auf der wissenschaftlichen Ebene weiter zu qualifizieren, für ein Studium zu gewinnen und dem Fachkräftemangel damit auch entgegenzuwirken. Und ich bin überzeugt, dass wir solche neuen Modelle des Wissenszugangs insbesondere für beruflich Qualifizierte unbedingt benötigen. Alle die genannten Lernangebote sind ohne die technischen Voraussetzungen und neue didaktische Formate nicht durchführbar. Moodle als flexibel einsetzbare Software für Lernplattformen im Internet spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich freue mich sehr, dass Sie sich auf Ihrer Konferenz über die Möglichkeiten und Weiterentwicklung der Technik austauschen. Und ich danke der FHLübeck ganz besonders, dass Sie diese Konferenz ausrichten und all denen, die die Organisation hier haben. Die Organisation und die technische Ausstattung für diese Veranstaltung ist oder befindet sich auf einem sehr hohen Niveau und das Ambiente ist einfach genial. Meine Damen und Herren, Sie haben das Grußwort aus der Politik fast überstanden. Ich wünsche Ihnen für Ihre Beratungen sehr viel innovative Kraft. Ich wünsche Ihnen Mut zu Moodle und Mut zu Moodle. Sie brauchen diese oder wir brauchen diese Entwicklungen, die Sie sich überlegen, die Sie auf den Weg bringen, die Sie anregen für die weitere Entwicklung unserer Hochschulen. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, wir sind pro Moodle. Wir glauben, dass Hochschulen sich in den nächsten 10, 15 Jahren und möglicherweise viel schneller in diese Richtung entwickeln werden. Und der Umstand, dass wir in Lübeck darüber hier heute reden, ist eine gute Ausgangsposition für genau diese Entwicklung, die wir unterstützen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Wünsche für die Weidekonferenz, für das, was Sie noch besprechen werden, was Sie hören werden, was Sie lernen werden und was Sie lehren werden. Alles Gute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. 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 Danke.